Auf Gleis 2 ist eingefahren die S1 Richtung E-Bau-Poppenbütte. Bitte beachten Sie, aufgrund Bauarbeiten fährt die S1 nur bis Hasselbrook. Von da haben wir ein Schienenansatzverkehr mit Bussen. Für Sie eingerichtet. Bitte beachten Sie auch die Aushängeschilder, die wir aufgestellt haben. Wir bitten um Ihre Verständnis. Auf Gleis 3 ist eingefahren die S1 Richtung E-Bau-Poppenbütte. Bitte beachten Sie, dass die ersten drei Wagen bis zum E-Bau fahren und die letzten drei nach Ohlsdorf. Auf Gleis 2 ist eingefahren die S21 Richtung Elbkaustraße.